so würde das ganze dann aussehen so jetzt mal schauen geht irgendwie nicht warum zu flacher winkel oder zu flacher winkel ok muss ich wohl mit dem gleis hier anfangen das geht leider erst frühestens hier rein nehmen wir mal die oder nehmen wir doch die müssen wir die straße hier noch ein wenig versetzen aber das ok wie sieht es hier mit dem bahnübergang das sieht auch ok aus dann nehmen wir mal die viaduct so das passt wunderbar jetzt mal gucken dann müssen wir etwas entschärfen hier erstmal glatt ziehen hier vorne auch mal etwas glatt ziehen weil das sieht ja so furchtbar aus das ist die schiene ich habe keine ahnung was das hier soll Nein, so will ich das nicht. So, schon eher. Machen wir hier die Straße. Ich weiß zwar nicht, warum ich das jetzt hier alles upgrade, aber es sieht halt einfach schöner aus mit der Straße. Muss man ehrlich sagen. Dann müssen wir hier rein. Okay, hier kommen wir aber noch mit 300 raus. Das ist schon mal gut. Ach. Viele Brücken und... Ja, viele Brücken muss man hier bauen. Muss ich aber sagen, finde ich ziemlich cool. Ich glaube, bei so einer Landschaft einfach dazu. Aber da ist das im Weg. Kein Problem für uns, die Bahn versetzt Straßen ist der völlig egal. Zack. Will ich das so? Ne, will ich eigentlich nicht. Zack, zack. Wunderschön. Jetzt können wir hier noch so eine hier reinbauen. Und dann würde es... Ja, jetzt ist die Frage, jetzt speichere ich erstmal ab. So. Jetzt ist die Frage, wie fährt man jetzt hier weiter? Über die ganzen kleinen Inseln? Oder... Ach du heilige, das ist eine Industrie. Äh... Das ist jetzt die Frage, wie fährt man hier? Das muss ich hier erstmal überlegen. Okay, hier sind wir so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann würde ich hier einen... Moment. Einen Durchgangsbahnhof. Und zwar... Moment. Ja, dann würde ich wieder den hier nehmen. Und zwar 320... Wo ist er jetzt hin? Den da. 320 Meter. Viergleisig ist... Okay. Würde den ganz gar nicht hier rein klatschen. Hier. Dafür muss aber erstmal einiges abgerissen werden. Zum Beispiel das hier. Das da... Das da... Das hier... Das hier... Das hier muss ich glaube auch alles weg. wo... Wo... Mal gucken... So, das wird mal eine große Stadt. Da erweitern wir mal gleich. Geht nicht. Halt, Moment, Schiene. So. Ja, könnten wir mal so lassen. So, und da muss das Eck hier noch weg. So, wunderbar. Das würde ich jetzt einfach mal hier rein platzieren. Vier Gleise ist in Ordnung. Entschuldigung. Genau, und das kann man ja dann hier rüberziehen und so weiter und so fort. Ja, komm, machen wir mal. So, Dällchen. Wunderbar. So, das ist natürlich auch der Bahnhof. Und, jetzt bin ich mal gespannt, was uns da das Spiel vorschlägt. Mhm. Mhm. Okay. Dann würde es mich noch interessieren, wie viel wäre das hier? 250. Okay. Also. Was ist die Frage? 200. Ich weiß es nicht, weil ich möchte gerne noch mal mir kurz überlegen. Wir haben hier vier Gleise. Ähm, eins, 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 ja okay, da drüben können wir ja keinen Bahnhof aufstellen. Ähm, eins, eins, zwei, drei, ja, vier. Reicht das? Reicht das? Ich glaube... Mach deste. Bäh30 Uhr müllow coordination. Wästa? Mm. Düks? Da? Ja. Ja? Sofia? Vielen Dank.